Gott sei Dank, Frank. Wählen gehen, du schaffst das. Justiz, die dritte Gewalt in unserem Land. Der Garant für den Rechtsstaat. Unabhängig sollen die Gerichte sein. Die Mühen der Justiz. Zurzeit malen sie recht langsam, aber sie malen. Die Justiz. Ist sie zu lasch oder zu streng? Rechtsstaat und Rechtsfrieden. Die Justiz urteilt nach den Buchstaben des Gesetzes. Die Gesetze werden nicht von den Richtern gemacht, sondern von der Politik, der Regierung und dem Parlament. Rechtsprechung fängt mit den Wahlen an. Du hast die Wahl. Deine Stimme. Arsch hoch. 26. September 2021 Bis bald soweit. Arsch hoch. Wählen gehen. Gott sei Dank, Frank. Fortsetzung folgt.